Moin zusammen! Was ist da denn los? Warum musste mein Honda e in die Werkstatt geschleppt werden? Tja, ich habe mich ins Auto gesetzt, die Fahrbereitschaft hergestellt und dann wurde mich von den ganzen hier gezeigten Fehlermeldungen überrascht und die Bremse funktionierte nicht mehr. Ihr könnt das ja gerade sehen, da steht überall, das hat was mit Bremse, Bremssteuerung, Bremssystem zu tun oder mit Assistenzsystemen, die im Hintergrund die Bremse halt benötigen. Ich habe das in der internationalen Honda e-Community vorher schon gelesen und verfolgt. Meine Werkstatt hat es dann letztendlich bestätigt. Mein Bremssimulator ist defekt und muss getauscht werden. Der Bremssimulator simuliert gegenüber dem Fahrer das klassische Gefühl der Bremse, da das hier alles elektronisch umgesetzt ist. Gleichzeitig aber auch wird da die Bremsbedarstellung ermittelt, damit halt dann die Bremse entsprechend ausgelöst werden kann und auch die Assistenzsysteme dann entsprechend funktionieren. In Japan gibt es dazu mittlerweile einen Rückruf, weil der Zulieferer für dieses Bauteil ist bei der Montage falsch mit dem Montagefett umgegangen und von innen heraus wurde der Sensor beschädigt. Der Rückruf in Japan, der ist richtig groß. Da sind über 500.000 Fahrzeuge betroffen, also neben dem Honda e zum Beispiel auch der Honda Jazz. Und in Deutschland, da gibt es keinen Rückruf. Und das Bauteil, das ist richtig teuer. Das kostet 1.900 Euro plus Einbau. Da sind wir so bei 2.700 Euro plus minus 300 Euro. Und ich hatte jetzt zwar eine Anschlussgarantie auf fünf Jahre, aber meine Werkstatt hat einen Kulanzantrag gestellt und Honda Deutschland hat dann die Kosten auf Kulanz übernommen. Ich musste die Bremsflüssigkeit bezahlen, 16 Euro. Aber was ist, wenn Honda irgendwann anfängt, die Kulanzanträge abzulehnen? Also überlegt euch vielleicht eine Anschlussgarantie für ein paar hundert Euro abzuschließen. Bleibt mir nur zu sagen, toi toi toi, hoffentlich passiert euch das nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!